Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit mir in die Panta IP und im Hintergrund heute den VoodooCrafting-IP Hey, ich spiele Trouble in Trouble in Trouble Der spielt Trouble in Terrorist Town Er ist Terrorist Ne, ich bin in... Ah, ich bin, ah, ich bin gut Eeeh, 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 eeeh Das sind alle Terroristen Es sind große Terroristen und böse Terroristen Eeeh, ne Feldtacke What?! Ja genau, die Shotgun ist auch ne Sniper, ne? Ja, aufm Kopf schon Arschloch Alex, man nennt keine fremden Menschen Arschloch Doch, man nennt einen Menschen Arschloch Dich besonders Ja, mich, aber mit anderen Wir kennen uns auch schon Ja, Arschloch Wunsch, ich hätte mich nie kennengelernt Ja Ja Recht geht's genauso Los Ja Den hast du nicht Alles deine Schuld Ja Du hast mich nie kennengelernt Doch Nein Klar Der nennt sich immer fetter Da, der nennt sich immer fetter Da, der nennt sich immer fetter Ja, der nennt sich immer fetter Ja, der nennt sich immer fetter Ja, aber der ist fetter Ja, aber der ist fetter als du Ja, sicher? Was wiegt sie, 70 oder 80? Ja, fast 65 Ja, der wiegt 75 Und das kleiner als ich Na gut, für den Torwart ist das ja okay, also das ist das Problem bei Manuel Neuer, der ist dünn und zu dumm für alles, ja Ja Würde nur die Vereine die Chancen nutzen, die sie von Manuel Neuer persönlich bekommen, würden sie glaube ich jedes Spiel gewinnen, Alter Also Bayern würde dann jedes Spiel verlieren und der Rest würde alles gewinnen Ja, ich bin treter, ich bin der böse Mann Haha Das macht sich alle kaputt Moment mal Blumen, machen wir mal hellgrauen Farbstoff So, ich habe in der letzten Folge angekündigt gehabt, dass ich alle Tiere einfach locke Mit einem Duftstoff Ja, mit einem Duftstoff Ja, und jetzt habe ich mir mal ein paar Leitern gemacht und dann bauen wir uns hier mal ein bisschen mit der Erde hoch Leute, ah, ich habe jetzt ja noch nicht die Hacke benutzt Also, was ich gerade sagen wollte, fail, bin ich etwa Kreativmodus oder warum ist die Hacke immer noch ganz Nein, egal Okay, bevor ich gerade mit dem Dach weitermache, gehe ich mal ein bisschen meine Tiere vermehren oder mache erstmal meine Farm fertig für eine größere Produktion Boah, Alter, ich will mir jetzt endlich Kreativ drauf machen, ne? was ist eigentlich ... Alter, wie schnell kriegen die mich kalt BASA EZT 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 ich sag einfach mal nichts mehr bei Gerrit war kann man sich so ein Foto einfügen und das dann als Präden benutzt kann man überall ins Köln und so und so perverses Arschloch machen einfach mal so nötig so eine nackte Toscher mit ihren Titten also wohl gesprüht halt da hier gucken Kinder zu ja Titten ihr wisst wollt was das ist ähm ja das hat eure Mutter also ganz klein was habt ihr dran genuckelt Alex hat auch welche also ja Männer Möpse Männer Möpse sind schwul Männer Männer Titten all die in Kaisersklautern wurden die fand ich ein bisschen leid ja ja nur ein bisschen aber es sei denn sie sind Schuhe dann nicht oh ich glaube ich hatte noch eine Schwierigkeitskarte ja den hat sich geändert so weil ich nicht in Ruhe meine Tiere laufen konnte oh es ist so nacht in meinem Haus ich sollte mal ein paar Fackeln platzieren Valentin bleib stehen Tag meine Freundin nein in einem Keller wäre ich dich? nein er fühlt er hat ihn getötet ich weiß das nicht boah ich hasse das wenn man sich verbaut Samuraiangriff nicht nur der Wertschwammermatt war ein hallo die Leute wurden auch noch nicht mal selektiert Alter heute auch mal zu holen auch nicht mehr so gut aber nein ich benutze jetzt Kies und Fakten du bist doch ein Scheiß-Sondie Fakten ist okay, kein Rausch Fakten ist Fakten ist Fakten ist Fakten ist Fakten Fakten ist Nein Nein ist nicht normal Leute, da wurde grad jemand weggesniped Wer weißt du das? Oh Moment mal, ich lass mal die Fakte da stehen Alter, was soll das? Was? Eigentlich schon nur Langeweile aber Oh, Mann Lasst mich in Ruhe Was bin ich nicht Was bin ich? Mh 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 worden, ich weiß ja nicht, wie lange es gedauert hat, diese 700 Meter Locken und dann erstmal das mit den Zäunen präparieren, also hab die Schweine gelockt, reingeschmissen, dann eingeteilt, also hat die Schweine halt hier draußen gelassen, die Kühe alle reingelockt, dann die Absperrungen gebaut, also da war mal Arbeit. Nein! Alter, willst du mich verarschen? Nein, du sollst da draufbleiben. Mein Gott, das ist zum Heulen. Das reißen wir natürlich gleich alles ab. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viele Treppen gebaut. Hi Alex, wer geht's dir? Wisst ihr was? Ich weiß es, was ihr mal alle in die Kommentare schreiben könnt, nämlich, ob ihr, wenn ihr mal Hunger habt, so ein Kühlschrank läuft, ihr aber nichts findet und dann einfach nochmal hinläuft, nach kurzer Zeit. Das würde mich mal voll interessieren. Die sich alles interessiert. Warum? Das ist unglaublich. Ja, das ist echt interessant. Na's mich doch. Das war ich, ich stand es erstmal meine ganzen Fichten jetzt an. Hier eine, hier eine, hier eine, hier eine, hier eine, hier eine. Ganz nahm Wasser eine, warum nicht? Da eine, da eine, da eine, da eine, da eine. Da eine, da eine, da eine, da eine. Und dann geht keiner, also da und da und da und da und da und da. Und dann bei den Kühn. Also okay, Entschuldigung. Hier war noch, hier war noch jemand im Turm. Ein Shuttle. Le- Das leben doch noch alle. Glaub schon. Ich denke, die Paranolid, die sind bei Trouble in Trader ist. Tauen. 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 Vielleicht du auch gleich tauen. Schlecht. Schon jetzt schon eine Nuba. Okay. Boah, da ist ja voll die Reflexe in den Fingern. Ja. Ja. Flexe in den Fingern. Ja, ich klick, ja. Kommt von dauernd, dass man so bieren. Ja. Ja. Hey. Was denn? Was denn? So mal filmen mit ihm rein. Oh, in the hell. What's in the hell? House. Interessant. Oh, mein Gott. Immer diese Meldung. Mit der Glotze. I'm a traitor. Oh, das ist ein bisschen laut. Meine Glotze ist so scheiße eingestellt worden. Also nicht eingestellt, aber das ist irgendwie Standard so bei der. Und darf das anscheinend, kann das anscheinend nicht ändern. Das geht mir eigentlich immer auf den Sack. So, ich muss meine Kühe von mir haben, weil die meisten bockig. Was, ich habe nur noch drei? Ich habe nur noch vier. Boah, das ist meine Schweinszucht, aber besser. Na, aber ich finde, das Fenster hier ist echt nice. Die Wand sieht zwar leer aus, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich gehe schon, ich gehe schon. Nein, wohin? Nein, das ist das Schreiberdachland in dem. Ist mir egal. Jetzt seht ihr, wie paranoid manche Menschen sein können. So, komm, lass mal. Da haben wir noch Eisen gebrannt. Und dann Steinflüge. Okay, und dann bauen wir uns hier wieder hoch. Und dann schmeiß ich dir. Okay. Also nein. Jetzt mache ich mit mir, als str kalian ahn noch eine andere. Ich rüber. Oh, das ist das. Ich kriege. Ichную ChiffreSubstrecke. Ich integrue es noch. Ichmäßig trök, lass Schwung von uns hier. Ich kann gut etwas direkt, müssten offend. Also, darling, Fleisch Bin Club. Dieastiλέ dém – ichillon're nicht genau so wenigstens stellar. Aber YO Caesar reいたes allemmöglichst � juez Chemnendurch. Ih ein Bild des Estäien Negers, Hausbau XXL Gut, das Saal sieht ein bisschen blöd Außer das wird ja keinem auffallen, wenn man da drunter steht, oder? Naja, aber Ist eigentlich nicht so schlimm Fliegen Ich will fliegen können Alex Ja Ich freu mich auf den Endertrag Wenn der mich so richtig geil wegfliegt Wie haben wir das eigentlich gemacht? Haben wir uns echt drüber gebaut? Vielleicht Echt jetzt? Wir sind mal rüber geflogen Wo rüber? Ja, bei dem Endertrag Was zur Hölle? Alter Zu tot Ja Warum? Was zur Hölle? Was benutzt ihr für Waffen? Ist ja unmöglich Ich habe gedacht, wenn man stirbt, hört man dich nicht Boah ey, die können froh sein, dass ich heute schon mal nicht aufgenommen habe, meine Freunde hier Meine YouTube-Fans Ey, ich habe da so Raster bekommen Wenn du so scheiß Fails Da tötest du einen Dann kriegst du erstmal den Kill nicht Und dann metzelt dich irgend so ein Hurensohn Von hinten ab Am besten noch so ein Bogenschütze So richtig Noobie Wobei ich seine Schläge größtenteils gar nicht blocken konnte Und das hat mich so aufgeregt Boah ey, dass ich irgendwann gar keinen Bock mehr hatte aufzunehmen Weil ich überhaupt nicht Bock hatte Ich war froh Und dann war ich schon mitten in der Runde gejoint Da habe ich erstmal fett alle aufgeholt War Zweiter Und danach habe ich wieder gewonnen Also einmal verkackt Wie so ein Scheiß-Hacker Der irgendwie in 10 Sekunden 7 oder 8 Kills hingelegt hat Und dann uns alle gezogen hat So 5 Leute auf einmal Ich hatte so 3 Kills Vorschriften Oh ne, zu viel Und dann hinter mit Ein paar 1 Kills Rückstand oder sowas Boah, das war schl... Das war richtig schlimm, ey Alex ist auch ein Hörzeuge Er hat es eindeutig gehört, wie ich da rumgerastet habe Genau sowas hasst ich in den Spielen Frei für alles Das war ein geiler Modus Oder bis zum letzten Mann Also, ja Team Deathmatch Und dann halt das Team, was halt Den letzten Spieler noch hat Oder der letzte, der halt steht Also das Team, was als erster keine Spieler mehr hat Verliert Oder Team Deathmatch Was auch immer Und dann kommen diese ganzen Teamkiller Und schreiben die ganze Zeit in den Chat Sorry, 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 sorry Ah ja Manchmal denken wir dann so Hurensohn Ja Der war einfach Man hat einfach die Größe Da ist so ein Noobs dabei Dass ich mir gedacht hab Ey, den da Den fixst du das nächste Mal So richtig fett werden Alter, was machen die alle Was soll der Scheiß random killing Was soll der Scheiß random killing Vielleicht war der Traitor Ich war doch selber Traitor Vielleicht wussten die das Nein, die können die nämlich gar nicht wissen Mach einfach nur random kill Wir machen, ihr vernet Was, wenn es dann einfach nur Ups Sind Noobs, denn Die keine Hobbys haben, die langweilig ist Ich weiß, dass man hätte Oh, es ist von beiden Seiten Lustig Toll, toll, lustig Ja, es ist mir ein bisschen zu laut Wow Nein, 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 nein No define Doch bad Los, schnell Mach schnell Ahhh Creeper schon Tot Oh, Alter, irgendwas Boag potem, was Alter mein Haar, sincere Aber beim headspace Tja güç Eggs Es wird durch ein bisschen kürzer malfunction Auch wenn ich nicht will Ich mag mein Haar Macht 2 so war ich auch mit Leid wir haben nicht schon haben sollen Leid mein Spaß ja auch Adolf Adolf Hans Jürgen steckt auch ein Wettkopf 14 auch der ja hitler posten ja schlappe haben wir mal scharfe für teppiche ich muss noch ein trichter bauen gell für die hühnerfarben ok dann holen wir uns erstmal das eisen das war es dann auch schon für die folge ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ja dann lasst ein like abo da und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge let's play minecraft mit mir dem die panther ip und vielleicht aber nur vielleicht dem voodoo crafting im hintergrund und dann würde ich sagen haut rein leute tschüss